Herzlich Willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Opa Talk de Simotrans Wir haben ja hier unten Düsseldorf alles schon 1 zu 2 1 zu 1 Düsseldorf hier unten Abgeschlossen Abgeschlossen Als nächstes kommt der Teil hier dran Dransfeld, Gensheim, Benzheim Und wie gesagt, wir müssen jetzt so langsam aufs Geld achten Wir haben nur noch 3,7 Millionen Aber ich denke mal die 3 können wir noch machen Dann müssen wir es erstmal wieder weiter laufen lassen Ansonsten wird es schwierig Dransfeld, Zock nach Benzheim ausmustern Gensheim, Gensheim, Grüninger ausmustern Gensheim, Benzheim, das muss weg, das muss weg Dransfeld, Dransfeld, Zock Oranienburg, Dransfeld, Zock Oranienburg Das hier ausmustern Oh, da fahren so viele ausmustern Aaaaaaah Gut, würde ich sagen, kümmern wir uns als erstes hier um Gensheim Hier haben wir nicht mal 4 Auswahl 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Das dürfte hier unten eigentlich absolut gar kein Problem sein Transfeld wird nochmal eine sehr große Herausforderung werden Ich denke mal das müsste reichen Achso, ja Eisenbahndepot kann man hier auf der Straße bauen So Machen wir uns mal die Abdeckung an Das ist alles abgedeckt Das kriegen wir ohne Probleme so hin Das war natürlich ja klar Den noch da hin Den noch da hin So, weiter gewachsen wird hier nicht Ich ärgere mich schon in der Fliege Ich ärgere mich schon in der Fliege Ich ärgere mich schon in der Fliege So Bis Hier etwa Und dort Und dort Zack 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 Da ist wir noch ein bisschen zu weit So So 1,2,3,4 Und eine Mauer drum rum Ich weiß natürlich nicht Ob das alles wirklich sich so ausgeht Und die Mauer auch wirklich das verspricht Was ich mir erhoffe Aber das werden wir noch sehen Aber das werden wir noch sehen So Du bist hier soweit fertig Hier kommt hier noch Das Ding hin Das Ding hin Wir machen eine Runde auf Start Musik setzt ein Zack Wir haben alles Das System scheint echt gut zu sein Drei neue Linien Und über 200 Linien Hat ich schon mal gesagt Das finde ich immer noch Wahnsinn Das ist einfach nur der Wahnsinn So Jetzt haben wir die Linie schon fertig gemacht Natürlich Mit Rückfahrkarte Hier Hier müssen wir noch Gensheim ZW Nein Das wird falsch Das ist ja Über 2 Ach Statt Gensheim 1 Steuerung Kopieren Nummer 1 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 3 So auch da bekommen wir jetzt Da waren sie schon Starten 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 Gensheim 2 Und Gensheim 3 Und Gensheim 3 Achso hier Hier fehlt auch noch was Signale Und Signale Signale Es wird weshalb auf dieses Hauptroute�를 angeschlossen werden Da muss eben dann mal gucken wie wir das machen weil wir jetzt ja hier drei oder drei waren aber ich denke mal so wir machen jetzt das noch fertig und dann lassen wir es erstmal eine runde laufen da haben wir den ja straßen hier aus hier noch das depot hin und dann ist die haltestellen hier Damit haben wir das auch schnell erledigt. Hier ein paar Signale hin. Wir brauchen hier noch massenhaft an Räumaterial. Ich vermute jetzt mal so ungefähr bis nach da. Ungefähr ist gut, aber da ist es immer noch nicht. So, dann haben wir den auch schon mal. Gucken wir mal, ob es hier in Gensheim passt. Natürlich nicht. Ach ne, Bensheim sind da jetzt. Bensheim, Gensheim, Rennsheim. Alles ist gleich hier. Hier müssen aber noch ein rausgehen. Da passt sogar doppelt nicht. Hier noch ein und hier noch ein. Das wird ein langer Weg hier. Eins, zwei, drei und Straße. Eins, zwei, drei und Straße. Den einmal da hoch. Hier natürlich die Halte weder nicht vergessen. Natürlich auch richtig rumgestellt. So, jetzt hier noch die Bushaltestellen. Dann noch dreimal Linien. Und dann wird es schwierig. Weil dann kommen wir nämlich nach Dransfeld. Und das wird nochmal eine Herausforderung werden. Das darf vernünftig anzubinden. So. Die Straße kann weg. Stattmauer außenrum. Und drei neue Linien. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Drei Mal. Drei Mal. Auch Machen. Dann gibt es noch. '? Das passt. So weit. Hier noch. Mal gucken, vielleicht schaffen es wir in der Folge noch. was wir das hier durchkriegen und dann lassen wir es nochmal laufen weil dann kommt auch demnächst die neue Industrie die wir dann erstmal anschließen können ich vermute ja mal das war glaube ich Markt Oberdorf was neu bekommt genau Markt Oberdorf in neuen Einwohnern also es sollte relativ zügig dann gleich vonstatten gehen und ich denke mal da wird ich schätze mal Druckerei ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben was ihr meint was kommen wird Benzheim ein Steuerung C ein bisschen mehrfach drücken hier das passt mittlerweile wunderbar hier jetzt habe ich ein bisschen falsch gedrückt Benzheim 3 und dann ist erstmal lange Zeit wieder angesagt neue 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 Fahrzeuge auf die Linie zu bringen weil wir haben jetzt ja überall hier nur ein einziges Fahrzeug drauf gebastelt das wird relativ zügig denke ich mal zu überfüllung kommen aber das machen wir dann so Benzheim ist damit auch erledigt dann können wir hier weiter machen und das liebe Gelder schwindet und schwindet und schwindet dranzfeld pass auf machen wir hier hin das ist die einfachste Möglichkeit wobei dranz jetzt wahrscheinlich relativ zügig auch unterfüllt wird da haben wir nämlich ein riesen Wachstum im Grenzfeld 2,3,4,5 2,3,4,5 das gleiche machen wir hier auch noch und wie gesagt dann ab der nächsten Folge lassen wir es mal wieder ein bisschen laufen und gucken mal wie unsere Entwicklungen hier angenommen werden und unsere Baustellen hier so hier wird dann hier noch was hin oh shit das war natürlich falsch so ist richtig da 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 ganz viele heilte sterben und hier geht natürlich nach hier raus das können wir sogar noch direkt nach da anschließen so und jetzt wird es interessant jetzt wird es interessant hier raus der muss weg 1,2,3 und hier raus dann kann sich dranzfeld in die richtung hier erweitern vor allem guck mal wir haben dranzfeld erst vor kurzem gemacht und trotzdem ist das hier schon wieder so extrem da passt es hier nicht zugehobert ne warte mal der ist da der ist bis nach da der ist bis nach da und der steht falsch der muss irgendwas passt hier nicht der 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 ach hier guck mal an deswegen passt das auch nicht muss hier nochmal alles komplett weg und da ist natürlich wieder genau die Straße auch die müssen wir hier hinten auch nochmal weg so 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 das passt immer noch nicht die Straße muss natürlich hier hin kommt halt hier in ranzfeld komplett im bau das weg da haben wir nämlich die halte stehen teilweise erweitert weil wir einfach keine Möglichkeit hatten so viele Leute so schnell abzuholen jetzt passt es damit hauen wir uns ja auch massiv hier teilweise die Fahrgäste weg aber wisst ihr was die kommen wieder so das ist dann das Feld eins so das ist dann das Feld das hier ist dann das Feld 2 da brauchen wir noch eine neue Linie das Feld 3 auf geht's liebe Leute hier hin 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 Rückfahrtkarte, 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 Rückfahrtkarte und das hier ist die Stadlandsfeld 3er Linie. Da muss natürlich jetzt noch ein bisschen Rollmaterial drauf. Dann haben wir das auch, dann ist das Dransfeld, na gut, da ist noch nicht ganz zu viel, das können wir verschmerzen, verkraften. Achso, Dransfeld möchte ich auch noch ein Dienst haben. Eine Stadtmauer, gut, möchten sie wahrscheinlich nicht, aber wir kriegen einer. Und dann wird natürlich auch das Problem sein, mit den ganzen Fahrzeugen, die jetzt alle keinen Weg finden. Die fallen aber auch alle weg. So Dransfeld, herzlich willkommen, neu angeschlossener Netz. Gucken wir mal, dass wir den hier auch noch wegkriegen. Achso, jetzt sind wir da natürlich noch ein Depot, da können wir die Betriebsmittel sparen, beziehungsweise die Betriebskosten. Gut, jetzt müssen alle drei Strecken, pass auf, wir gehen einfach hier, nein, wir gehen vorbei. Und schließen einfach Dransfeld hier unten mit ran. Gut, die Kreuzung hier muss nochmal weg. Achso, da bin ich ja mal auf unser Betriebsgewinn gespannt, wenn wir dann in der nächsten Folge hier, ähm. Oh, was mache ich denn da? Wenn wir dann hier wieder Power-Off-Leitung geben. Ah, da müssen wir noch ordentlich Züge kaufen, wir haben noch nirgendswo Züge bei den neuen ganzen Bahnhöfen, ne? Ah, shit. Okay. Okay. Achso, hier, da wieder auf Abstand von 5. Song. 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 Gut, dann brauchen wir jetzt noch die Ausweihsignale, was ist das überhaupt? Ausweihsignale, richtig. Einmal da eins ran. Einmal da eins ran. Dann können wir das hier jetzt zumachen. Und drei neue Zuglinien erstellen. Und zwar geht das los. Oranienburg, 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 Brandsfeld, Bensheim und Gensheim. Mindestbeladung auf 50%. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen gehabt. Da müssen wir mal gucken, ob wir die Mindestbeladung hier rausnehmen müssen oder nicht. So, wir sind hier am Oranienburger Hauptbahnhof. Steuerung C. Nach Transfer Zopp. Stop. Davor muss noch das RB. RB. Na. Gernsheim. ZOB. ZOB. Und. Und. RB. Nach Benz. ZOB. ZOB. Der Benzheimer ZOB muss noch unbenannt werden. Gernsheim. Benzheim. So. ZOB. Und. Dranzfeld. Das ist jetzt hier auch der ZOB. Und dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Züge. Züge. Acht neue Züge. Das wird. Und dann sind unsere 2 Millionen weg. In der Zeit, wo wir es hier laufen lassen, gucken wir mal, dass wir uns hier ein bisschen um die Hauptbahnhof kümmern können. Zum Beispiel hier unten müsste schon, hier warten schon 3.000 Euro, dann müsste auf jeden Fall dann demnächst ein zweiter ran. Aber, damit bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich jetzt nicht mal die Arbeit hat. Ich bin der Opa und sage Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.